Jimmy Brown das war ein Seemann und ich habe es gehört, ich habe es direkt ins Ohr gekriegt. Du sagst sowas wie Co-Co-Lo-Res. Okay, okay, ja gut, schneide ich weg. Co-Co-Lo-Res. Jimmy Brown das war zu spät. Jimmy Brown das war ein Seemann verspielt. Co-Co-Lo-Res. Jimmy Brown das war ein Seemann und ich habe es gehört, ich habe es gehört, ich habe es gehört. Herr Gросsen noch ganz gut, ich habe es gehört, ich habe es gehört, ich habe es gehört. www.rekaf transaction.de Er sieht nicht der Scham, draußen auf dem Meer, ruhelos und klein, was kann das sein, was irrt dort später zum Meer? Können wir nochmal von vorne anfangen? Ich hatte mich da einmal verspielt, es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was da los ist, wir haben das schon tausendmal gespielt. Sagen wir was an? Nö. Dann fangen wir einfach an. Nee, 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 nee. Achso, okay, alles klar, mach. Nur ich hab den Text vergessen, das ist so blöd. Wie geht's denn nochmal? Ich hab schon eine Flasche Bier getrunken, das ist nicht gut für mich, Musik und Bier. Ungezählter Schischer, Bärenlieb von Bermann Höchst. Ja. 11.11.2010. Koko und Loris grüßen die Jecken dieser Welt und können kaum noch stehen. Jetzt wollte ich heute Witzger sehen. Ja, 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 gerne. In der Kajasnummer, in der Kajasnummer. In der Kajasnummer nur stehen stehen alle Schulen und da haben wir drin studiert. Unser Lehrer, der ist weltsprach und verfechtes König. Ja, und da haben wir, oh, und da haben wir, oh, haben wir, was, 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 was? Ah, esig, esig, okay. Ja, das war ja für das Warbenspiel schon mal ganz schön. Können wir nochmal anfangen? Ja, klar. Jetzt geht's alles. Alles, jetzt geht's ab hier. Ah, du, 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 du. Elfter im Elften. Ha, ha, ha. Okay. Luft holen wegen der Nase. Nee, nee, dat, wisst du mal, dit nie, als wir steppen, dit nie, und da kann man nicht. Was ist denn los? Hey, ich weiß, ich brauche ein Unfall, wenn ich das kann, ich guter Hammer, beheleert. Und dann nochmal. Super, jetzt wird ihr Bütz. Die Nase. Noch. Ey, mal, was? Was? Das ist mir meine Nachricht. Ja, das ist schön. Wir machen es eh noch einmal. Loris, Coco. Coco, 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 Coco. Loris, Loris, Loris. Eins, zwei, drei, vier. Bam, 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 bada, 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 bada. Am Strand von Malle, da ging sie spazieren. Und was sie tue, hätte keinen gestört. Nur eine einsame, die kleine Lady. Vielmehr den Ohrmacht und war sehr... Immer neu. Du zählst frei. Ein, zwei, drei, vier. Bam, 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 bada, 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 bam, bada, bada. Am Strand von Malle, da ging sie spazieren. Und was sie tue, hätte keinen enthört. Es war ihr Itzi, Bitsi, Teenie, Weenie, Honolulu, Strandbikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi, Bitsi, Teenie, Weenie, Honolulu, Strandbikini. Er gefiel ganz besonders in den Hörn. Er gefiel ganz besonders in den Hörn, den sie nur jetzt tragen kann. Schön für Outtakes, schön für Outtakes. Outtakes. Äh, abbrechen.